Heule, was geht ab Leute, Hong hier Ich bin gerade bereit Baris holt mich gleich ab, dann gehen wir auf Tour Arena Tour diesmal nicht Scanner Tour, obwohl für krasse Pokémon sind wie immer abrufbereit, weil wir haben ja das Programm WhatsApp für 5 Euro im Monat könnt ihr auch mit dabei sein, dann kriegt ihr live Nachrichten sofort über WhatsApp und dann könnt ihr mal sehen, ob irgendwas krasses in der Nähe ist und dann dahin laufen Dazu müsst ihr einfach nur monatlich, also 5 Euro im Monat dann seid ihr für den Monat drin und das lohnt sich auf jeden Fall, echt Hammer Programm Tati hat sich sogar jetzt ein eigenes Script machen lassen, nur für Tratinis, also das ist echt so krass, man muss nur drauf drücken, dann gibt es direkt die Wegbeschreibung dorthin, also das lohnt sich auf jeden Fall und, also falls was auf Tour heute auftaucht, dann fahren wir natürlich hin, irgendwas krasses, aber ansonsten, heute ist der Fokus auf die Arena gelegt, hier könnt ihr schon sehen ein paar ich und Barisch sind unterwegs letztes waren wir auch spontan unterwegs da sind ein paar verrückte Dinge passiert, aber über die, die erzählt euch Barisch dann, was da so genau passiert ist dann schauen wir mal was heute so passiert heute auf morgen ist auch Nestwechsel, also kommt auf an wie lange wir unterwegs sind, werden wir das auch noch miterleben und dann ins das Video packen und euch gleich noch über Bericht erstatten, ansonsten sehen wir uns dann auf Tour Hoi da, was soll ich sagen? Du bist auf die Tour heute? Ja man Zuerst, ich brauche eine Stadtsparkasse in der Nähe, es gibt's hier Ende Ja, aber Ja, okay, ich weiß schon Danach brauche ich eine Tankstelle, muss kurz tanken und Energydrinks Ja, das ist gut Max, wer von uns zu Wer von uns beiden zuerst aufkommt? Ich weiß auch, heute war echt hart, das hat mich Echt? Vor allem nach den Ferien, man Was? Vor allem nach den Ferien, man das ist doch ungewohnt, weißt du? Ja, ja, das ist echt so Wir werden Pokémon Meister Pokémon Pokémon Set die Nummer 1 Du schaffst das schon Ich bin bereit, ich geh's nicht auf Ich hab gelernt, um was es geht Und ganz egal, was vor mir liegt Ich gehe meinen Weg Ich hab mir gerade erzählt, wie er zuhause ein Modul gezündet hat Das kommt nicht ein einziges Startort Ja man, Endslide Ja man Überroll dich hin, noch ein bisschen Review über das Event Ja Starter, Module haben wir eins verpasst Ja Hatten wir eigentlich vor, ein bisschen was zu zünden Für die Fans auch noch Da hatten wir echt keine Zeit Aber Module waren allgemein nicht so aufnahme Ja Glaubst du, das lag Weil das Event jetzt so Das nicht so interessant war Oder weil wir einfach Besseres zu tun hatten, weil Alle auf Scanner Tour waren Nee, kein zum beiden Das lag am Bett immer Okay Weil ich glaub Man hätte schon krass fahren können Ja Er hat auch damit gerechnet Dass jetzt wieder voll viel gefahren wird Du musst halt ätzen Wo willst du dich hinsetzen Wo willst du Die meisten bei Bordeauxplatz Vom Auto aus Ja, vom Auto aus Ja Aber das taugt mir gar nicht vom Auto aus Ich weiß nicht Ich hoffe nicht Bisschen Bewegung muss echt sein Ja Alle Stops abkloppern Ja das ist ja das geil Vom Auto kriegt man nicht mal alle vier Da kriegt man nur drei von denen Geht dann echt hoch So Starter Event Ganz ehrlich Es war eins gut Aber man hat es halt echt nicht zu schätzen gewusst Ja Es ist immer so Bissaflor hat so krass Einmal ranken Heap und Keine Matschwürme Dann ist schon eins krass Tutok ist halt echt der einzig schlechte Glurak endsaftig Ja Der haut echt Schaden raus Bissaflor haut alle Wasserpokémon weg Du hast auch von allen drei 100% wahr? Äh Shiki habe ich nicht Oh ok Shiki nicht Ja stimmt Shiki haben wir nur einen gefunden Der war relativ selten Echt leidend Mann Ich zünde ein Modul an von zu Hause Ich wollte noch ein paar Du Mann da Es kommen so fünf Stern Du Äh Tentaja Carpador Und so ein Scheiß Oh Gott Es ist auf Kamera Oh mein Gott Keine Kommentare Ihr müsst wissen Ich bin nicht der sicherste Fahrer Und ihr habt es gerade live mitgekriegt Von hatte gerade Herzschock Erster Agena für den Abend Überraschend gefunden Guck Ich habe die gar nicht auf dem Visier gehabt War nicht auf dem Scanner Siebener Gelb Die sind gar keine Stops gell? Wenige Das ist schon gut Zurück zum Event Review Bevor wir unterbrochen wurden Es gab es noch Pikachu Also ich habe Pikachu voll ausgenutzt Du Ich habe 90 Stück oder so Gesamt oder in dem Event gefangen? Gesamt Oh mein Gott Du enttäuscht mich Du warst der Pikachu Sammler Mann Ich konnte es nicht ausnutzen Ich konnte es echt nicht ausnutzen Alter du bist aber der einzige der Pikachu so ausgenutzt hat Nicht mal dieser krasse YouTuber konnte es ausnutzen Dieser Schilling Dieser Spiele Trend Der ist Level 37 Fast 38 Der ist Pfff Der hat das zu 100% Dragon Und so der Typ Ja Nicht mal der hat Pikachu Also ich konnte es nicht ausnutzen Wieso nicht Mann Weil es zu kalt ist Aber er spielt trotzdem ent viel Die Arena Tour wird kurz unterbrochen Es ist ein krasses Galaxo erschienen 71% 2,6 BP Perfekt um ihn später noch in die Arena zu stellen Perfekt um sie wenn möglich um Auto Perfekt um sie wenn möglich um Perfekt um sie wenn möglich um Was geht im saftigen Galaxo? Bargestart Schleichtes Gefühl Ja ich glaube ein von uns beiden wird es abhauen Weil es ist echt zu saftig Da ist er schon Und jetzt regnet es. 2614 WP. Beere, Hypo Ball. Nein, schlechter Wurf. Senk-Kopfschluss, Hypo Stein. Bargeschatting, ich hatte... Der ist Level 28 ungefähr. Ein schlechter Wurf, aber es hat gereicht. Oh mein Gott, zwei Darms. Echt saftig. Es geht an dich, Gianni. Tut mir leid, dass du immer noch keinen hast. Was jetzt? Keine Relaxo? Oh mein Gott. Erster Zwischenstopp für Bargesch und Donalds. Erster Wurf. Erster Wurf. Erster Wurf. Erster Wurf. Erster Wurf. Ach. Erster Wurf. gefunden haben. Die ist aber auch auf der anderen Seite der Gleise, aber ich habe den Vorschlag gebracht, durch den Wald zu gehen. Ihr wisst, wenn es ein bisschen gefährlich wird, genau mein Gebiet. Morgen der Schissler, ich weiß nicht, ob er mit reinläuft. Muss ich ja, sonst kriege ich die Arena nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibst du mir dein Handy oder so und schickst mich rein. Ja man, ich glaube, es ist echt genau der Waldweg. 173 km. Und jetzt? Ist es nicht hoch? Ja schon, aber ich bin vorbei gefahren, da kann ich nichts ändern. Wenn du gut haben willst, hab dir ich hoch. Mein Gott, was bei Sightings? Hier sind so wenige Sachen. Ich glaube, den entwickeln wir trotzdem. Oh mein Gott, Zweitbestes. Willst du den? Ja man. Oh, der ist ernst fett. Den entwickle ich sogar jetzt, dann für die Arena. Bestimmt. Der war hinter uns. Wir müssen da die Straße weiter gerade runter. Das ist eigentlich Zaun, aber alles ist offen für uns. Das waren bestimmt die Gelben, die hier rein. Das waren echt die Gelben. Schau mal, das sind zugeendhatten Spuren. Wir haben uns schon den Weg geebnet. Wir machen noch einen Feind hier dran. Die Gelben. Wir haben noch einen Zaun entdeckt, aber der wurde hier schon manipuliert. Wie sieht man es? Ich hoffe es. Die Gelben haben vorgesagt. Ich danke euch. Nächstes Ziel. Ein Galaxo. Ich hatte schon gesagt, dass er Galaxo braucht gerade. Ist sogar auf dem Weg zur nächsten Arena. Perfekt. Es war jetzt echt lange Zeit still. Kein Pokémon im Scanner erschienen. Es gibt keine meiner Chats irgendwo irgendwas geschrieben. Ist auch halb 3 Uhr morgens, aber trotzdem. Ja, das ist die von meinem Vater. Kurz Kontrolle. Möglicherweise heißt es Tschüss Galaxo. Nein. Also ich hatte mal vor 12 Jahren oder so Feuerwerkskirche. Danke. Schaffen wir der Galaxo noch? Dem schon. Der 1, 2, 1. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Also ich will einfach fröhlich weiter. Ja, Mann. Wie geht es weiter zum Galaxo? Hast du aufgenommen? Ein bisschen. Ja, Mann. Eigentlich genau schlecht. Eher weniger oder mehr. Da ist so. Wo ist drin? Letzte Arena für heute. Ich bin am Ende. Wir sind irgendwo mitten auf der Autobahn stehen geblieben. Ihr seht die Autos rasen an uns vorbei. Ich habe es irgendwie geschafft, vom Auto aus an die Arena zu kommen. Bargisch muss über die Planke und über einen Zaun klettern. Echt verrückt. Und in den Wald noch rein. Ich zeige ihn euch gleich. Hier seht ihr die Autobahn. Die Autos rasen an uns vorbei. Und keine Ahnung wo Bargisch ist. Ist irgendwo. Hier über die Planke, über den Zaun. Und dann in den Wald hier rein. Oder Park. Wald kann man sich nennen. Also Nestwechsel. Schloss Nymphenburg. Dann wo Rion war, ist es Sichlo. Außenrum überall Kopsel. Irgendwo Blumenau habe ich Rion erst gesehen. Ospark. Ospark. Check mal hier. Ospark. Ospark. Ich bin am Ende der Straße. Da links. Siehst du? Links. Ich kann dort nicht so. Warte ich schon. Ich bin ein bisschen ein bisschen. Ja, ich finde. Ospark. Tragoso oder so wie es aussieht. Tragoso dein bester Freund. Zwei Friede. Und da ist auch gerade ein Gelachsweg drin. Aber egal. Das war's von uns. Und diese verrückten Tour. Mit Bargisch echt verrückt. Fast ein Autounfall. Polizei Kontrolle. Irgendwo mitten auf der Autobahn gehalten. Ein paar abgelegene, verrückte Arenen gefunden. Jetzt gesehen. Irgendwelche Zäune. Dies, das. Alles war dabei. Wald. Friedhof natürlich. Muss immer dabei sein. Ansonsten. Nestwechsel. Ich wechsle mal. Ich erzähle euch jetzt lieber. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit der Map auf dem Handy. Am PC ist viel besser. Sichern Nest gibt es. Straß Lümpfenburg. Hinnendrin. Außerum sehr viele Quapsel. Englischer Garten. Magnetilo. Nullpullpark Elektek. Geht schon. Mehrgache Obernester. Dann irgendwo in Blumenau. Die Baumschule ist Rio Nest. Das ist glaube ich zum ersten Mal ein Nest. Also auch recht interessant. Bestpark und Ostpark sind beides Dragosso Nester. Also echt uninteressant. Massman Park. Wo wir schon öfters waren. Ist jetzt ein kleines Pikachu Nest. Schauen wir mal vielleicht vorbei. Wenn die anderen Jungs Bock haben. Ansonsten. Nichts erwähnenswertes. Hofgarten ist. Möglicherweise Stern. Ich bin mir noch nicht sicher. Muss ich noch beobachten. Aber. Schaut selber vorbei. Checkt die Map ab. Da seht ihr alles. Ansonsten schreibt nach unten. In die Kommentare. Was ihr vom Event haltet. Wie euch das Event gefallen hat. Habt ihr es auch gut ausgenutzt. Ansonsten. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir ein Nest abchecken. Wie mal liken. Subscribe und kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook Seite ab. Vergesst nicht. Pokemon is serious business.